Hallo, Servus und Grüezi miteinander und herzlich willkommen in der virtuellen Realität hier bei eurem Dock. Es gibt etwas zu gewinnen und zwar einen Key für eure Oculus Quest für das Spiel Under the Jolly Roger. So soll es heißen und wenn du diesen Key gewinnen willst, dann solltest du jetzt dranbleiben. Ja Leute, ich habe vom Entwickler einen Key bekommen, den ich euch schenken kann und ich kann keine Gewähr für den Key übernehmen, aber bis jetzt haben alle funktioniert und jetzt haue ich mal wieder was raus. Ihr müsst ein bisschen was dafür tun, also so ganz ohne alles geht es nicht und bis jetzt war es immer so, ja schreibt mir hier unten in die Kommentare was. Nein, mir macht es ein bisschen schwieriger, ihr sollt was zu tun bekommen. Und zwar sollt ihr folgendes machen, ihr sollt mal gucken und zwar in meinen Videos, hier seht ihr es rechts, MetaQuest Under the Jolly Roger, ihr sollt dieses Video öffnen und ihr sollt mir eine Frage zum Video beantworten, aber keine Angst, ihr müsst nicht jetzt eine Stunde Video gucken, ich helfe euch natürlich ein bisschen und zwar ist das folgende Frage. Im Video von Under the Jolly Roger, habe ich den Abstand vergessen? Bekomme ich bei Minute 25 und 36 Sekunden Verbesserung? Bekomme ich das große Kotzen? Bekomme ich viele, viele bunte Smarties? Oder bekomme ich keine Verbesserung? A, B, C oder D? Und das Ganze haut ihr mir jetzt bitte nicht hier in die Kommentare rein, sondern ihr schreibt mir eine E-Mail und zwar auf folgende Adresse gewinnspiel.zitronenarzt.gmail.com Zu kompliziert? Steht unten im Text drin. So, aber da sind noch ein paar Bedingungen dabei. Erstens, Däumchen nach oben, auf jeden Fall beim Video von Under the Jolly Roger. Nicht unter das, hier auch, aber unter das andere Video. Dann netten kleinen Kommentar drunter schreiben und ihr schreibt in das E-Mail mit der Lösung bitte noch euren YouTube-Benutzernamen und Abonnent wäre ganz nett, würde ich mal sagen. Ich kann das so nicht kontrollieren, aber ich würde mal sagen, Voraussetzung ist schon, dass ihr abonniert. Wäre doch mal was, wer schon Key bekommt. So Leute, wenn das jetzt alles ein bisschen zu kompliziert war, der liest das Ganze unten hier nochmal in der Videobeschreibung. Ich haue da einfach nochmal alles rein und jetzt wünsche ich viel Glück und die Auslosung erfolgt per Zufallsprinzip und ich werde den Gewinner hier unter dem Video in der Videobeschreibung reinschreiben und zwar ist der Einsendeschluss in, wie viele Tagen? Machen wir heute einmal 9, 10, 11, 12, 13? 13, 13 ist ein gutes Datum. Machen wir bis zum 13. Am 13. ist fertig und dann losen wir jemanden aus. 13.9. Also mitmachen und gewinnen. Also Leute, spielt was Schönes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!